hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen runde drop and mine will ja diesmal mit hintergrundmusik ein bisschen und ohne lorenz weil der hat gerade keine zeit ja hintergrundmusik werde ich auch fürs let's play nehmen ich mach mal andere ja das ist schon eher das ist schon besser ja wir haben heute schon mal gut ja steinschwert schauen wir mal der hat die küsse da oben schon schauen wir mal dahinter ok das war jetzt ein bisschen und er hat die wahrscheinlich gekriegt na egal steinschwert brauchen auf der map ist ein bogen eh nicht so gut bleiben wir mal ein bisschen hier falls wir trader werden 15 sekunden noch jetzt schauen wir mal ob wir trade oder innocent werden aber ich glaube innocent ja innocent gehen wir gleich zum tester weil sonst ja hätten wir gleich getötet am anfang ich habe mal kein random killern und so ja ja jetzt bin ich drin wahrscheinlich ja da laufen schon erste zombies rum da liegen pfeile schauen wir mal ob da hinten sicherlich jetzt nicken oder so versteckt sich einer Traitor der war innocent gehen wir noch mal lieber zum tester hinter ja wir haben einen pfeil ja gut wahrscheinlich der oben ist ein traiter oder ein innocent der schon getestet hat jeder schießt auf den ausschlag da kommen wir nicht hoch egal schauen wir mal mehr pfeile ja wir haben gewonnen hoffe die runde hat euch gefallen und wir sehen das nächste mal lasst einen kommentar wie es euch gefallen hat da und das war's dann tschau Leute